Johann August Afertsen war ein schwedischer Chemiker. Er entdeckte 1817 Dickasekunden chemische Element Lithium, Leben. Johann August Afertsen erhielt seine schulische Ausbildung im Privatunterricht auf dem Landgut Hedensby in Südermanland, wo er und seine Familie lebten. 1806 begann er sein Studium der Bergwissenschaften an der Universität Uppsala. Nach seinem Abschluss begann er seine Arbeit am Königlichen Institut für Bergwissenschaften und wurde Mitglied des Bergkollegiums in Stockholm. Dort lernte er Jöns Jakob Berzelius kennen und erfuhr eine weitere Ausbildung. Bei der Analyse des Minerals Petalit entdeckte Johann August Afertsen ein 1817 Dickasekunden-Element Lithium in Form einer Lithiumverbindung. Weiterhin arbeitete er an der Herstellung von Uran. 1825 heiratete er die Adlige Sarah Sophia von Ehrenheim. 1841 verlieh ihm die schwedische Akademie der Wissenschaften die Goldmedaille in Anerkennung an seine Entdeckung des Elements Lithium. Ebenfalls wurde nach ihm das Mineral Afertsenheit benannt. Seit 1997 verleiht die Gesellschaft deutscher Chemiker den Afertsen-Schlenkpreis an in- und ausländische Wissenschaftler für besonders herausragende Arbeiten auf dem Gebiet der Lithium. Lithium-Chemie Leistungen Entdeckung des chemischen Elementes Lithium in einem Mineral Veröffentlichungen über Erze und Mineralien Auch Chrysoberyl Veröffentlichung über Uran Ehrungen Ein 1823 von Henry James Brook beschriebene Schmineral erhielt ihm zu Ehren den Namen Afertsenheit. Widerstand G ع любit die Sankt Schmerzer Halld G Schmerzer G birth